hrp unsere erfahrung ihr vorteil unternehmen weitgehend jeder größe und rechtsform sowie privatpersonen vertrauen auf das breite leistungsspektrum der wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft hrp hövelerischmann und partner mbb erfahrung und praxisorientiertes handeln bilden die basis für kompetente beratung und individuelle betreuung sowohl in betriebswirtschaftlicher als auch in steuerlicher hinsicht bei der erstellung und prüfung von jahresabschlüssen der lösung von steuerlichen fragestellungen ob unternehmensgründung erb- oder nachfolgeregelungen sowie der beratung steuerbegünstigter organisationen in allen bereichen vertrauen mandanten auf praxisorientierung und ganzheitliche lösungen durch hrp die kanzlei unter der leitung von diplom kaufmann martin friedrich diplom ökonom frank mühlnickel diplom volkswirt marco bahl und diplom kaufmann jens wolfgram hat sich zu einem überregional tätigen anerkannten partner der mandantschaft etabliert exzellent ausgebildete wirtschaftsprüfer und steuerberater ein modernes kanzleimanagement sowie regelmäßig geschulte fachkräfte machen hrp zum starken partner einer mandantschaft die auf individuell beste lösungen weitblick und zukunftsorientierung setzt hrp unsere strategie ist ihr erfolg